Jetzt sind wir jetzt in den Marktfrestaurant. Lauter Leckerei. Pasta. Ein bisschen Fisch. Hier gibt es ein bisschen Pasta. Außer Betrieb, außer Betrieb, außer Betrieb. Passt das alles nicht so? Das kann man schön schlauen. Ein bisschen Lachs. Ein bisschen Fisch. Hier ist der Restaurant. Das ist richtig schön. Hier gibt es lauter Leckereien. Die Tür drüben ist alles noch warm. Hier gibt es Suppen aller Art. Hier ist der Restaurant. Aber das wird besser in Wacken. Das ist der Restaurant. Vielen Dank.